Emma Davies, Das kleine Cottage auf dem Hügel, ein bezaubernder Feelgood-Roman, gelesen von Luise Georgi, erschienen bei Libba Audio. Für die wundervollen Menschen und wunderschönen Orte von Shropshire, eine bessere Inspiration könnte es nicht geben. Kapitel 1 Madeleine spähte durch die Windschutzscheibe auf die Straße vor ihr, konnte jedoch nur hohe Hecken sehen, die zu beiden Seiten aufragten und einen langen, dunklen Tunnel den Hügel hinaufbildeten, und sie hatte nicht die geringste Ahnung, wohin er führte. Während sie im Schneckentempo vor sich hin fuhr, blickte sie nervös auf ihre Armbanduhr. Sie hatte sich penibel an die Wegbeschreibung des Bauern gehalten, allerdings erforderte sie scheinbar Ortskenntnisse, über die Madeleine nicht verfügte. Trotz seiner Beteuerung, es sei ganz einfach, entdeckte sie keinen einzigen Weg, der von dieser Straße abzweigte. Offenbar hatte sie das große blaue Schild verpasst, von dem er gemeint hatte, sie könne es gar nicht übersehen. Mittlerweile befand sie sich auf halbem Weg den Hügel hinauf und wurde mit jeder Minute, die verging, nervöser. Was, wenn ein großer Traktor oben an der schmalen Fahrbahn auftauchte und sie sich mit ihrem wunderschönen Sportwagen an die stacheligen Zweige der Hecken neben ihr quetschen müsste? Bisher hatte das Schmuckstück keinen einzigen Kratzer abbekommen. Es half alles nichts. Sie würde aussteigen müssen. Der Bauer hatte ihr versichert, die Zufahrt wurde gleich nach dem Briefkasten folgen und Madeleine befand sich genau dort, wo sie sein sollte. Sie hielt an einer Lücke in der Hecke, die kaum eine Autobreite maß, und öffnete die Tür, um einen genaueren Blick darauf zu werfen. Behutsam stellte sie die Schuhe auf den Boden. Wenigstens regnete es nicht. Schlamm wäre so viel schlimmer als Staub. Auf ihren neuen, cremefarbenen Pumps aus Velourleder, die perfekt zu ihrem ebenfalls neuen Kleid passten, würden selbst die kleinsten Spritzer zu sehen sein. Sie stöckelte zu der Lücke in der Hecke und spähte durch die Öffnung. Fuhren wirklich Leute mit ihren Autos da durch? Zähneknirschend drehte sie sich wieder um zu ihrem ganzen Stolz. Allmählich war sie ein wenig irritiert. Als sie schon wieder in ihren Wagen steigen wollte, stach ihr etwas Blaues tief in der Hecke ins Auge. Madeleine hielt inne, dann ging sie näher hin. Sie tastete durch das wild wuchende Grün und verzog mürrisch das Gesicht, als sie Moos und Dreck unter ihre tadellos manikürten Fingernägel bekam. In dem Gestrüpp verbarg sich eindeutig etwas. Sie zog, bis sich eine lange Ranke in ihren Händen löste und der Rand von etwas Blauem mit weißer Schrift zum Vorschein kam. Madeleine beugte sich ein wenig näher hin und spähte mit zusammengekniffenen Augen auf das Schild. Mit Mühe und Not konnte sie die Worte entziffern. Joyce Aker Erleichtert machte sie Kehrt, um den Rückweg zum Wagen anzutreten, rutschte dabei jedoch mit einem Fuß in einer Furche am Straßenrand aus. Sie stolperte leicht, streckte instinktiv eine Hand aus und spürte den scharfen Schmerz von Brennnesseln. Prompt bildeten sich dicke, weiße Striemen an ihrem Handgelenk und sie taumelte rückwärts in einen tiefhängenden Ast, der sich natürlich in ihrem Haar verhedderte und ihren eleganten Chignon auflöste, als sie sich davon losriss. Ein ganzer Schwall ihrer glatten, dunklen Haare rutschte heraus und klatschte gegen ihre Wange. Madeleine starrte auf die schmale Fahrbahn vor ihr. Warum musste sie auch immer so viel Pech haben? Nach allem, was sie durchgemacht hatte, um es so weit zu schaffen. Sie hatte einen neuen Job und konnte endlich einen Neubeginn wagen, kam sie jetzt nicht nur zu spät, sondern sah auch noch völlig zerzaust aus. Sie konnte sich wohl abschminken, einen guten ersten Eindruck zu machen. Genervt stapfte sie zurück zum Auto, stieg ein und knallte die Tür zu. Verzweifelt hantierte sie an ihrem Haar und versuchte, den Schaden zu beheben, doch ohne Spangen erwies sich das als hoffnungslos. Das Beste, was sie tun konnte, war, die Enden unterzustecken und sich zu bemühen, den Kopf nicht zu sehr zu bewegen. Sie biss sich auf die Unterlippe, um ja nicht in Tränen auszubrechen. Nachdem sie tief durchgeatmet hatte, startete sie den Motor und lenkte den Wagen zu der Abzweigung. Das entsprach überhaupt nicht dem, was sie erwartet hatte, und es kam der Beschreibung vom Bewerbungsgespräch nicht einmal nah. Zum Glück wurde die Fahrbahn breiter, sobald sie die Lücke in der Hecke überwunden hatte, und die folgenden Hecken, durch die sie immer wieder etwas Grünes sah, waren niedriger, sodass sie erkennen konnte, dass sie am Rand eines Feldes entlang fuhr. Nach einer engen Rechtskurve gelangte sie zu einer breiten Lichtung. Dort parkten andere Fahrzeuge vor einer Zaunreihe. Dahinter sah sie einen staubigen Hof, ein großes Haus aus rotem Ziegelstein, zahlreiche Hühner und zwei Hirtenhunde, die bellend im Kreis rannten. Ihr Mut sank. Es sind bloß Hunde, sagte sie sich, und ihre Angst vor ihnen war völlig unbegründet. In ihrer Vergangenheit gab es keinen Zwischenfall, der rechtfertigen würde, sich vor ihnen zu fürchten, und auch diese beiden würden ihr nichts tun. Offensichtlich erfüllten sie nur ihre Aufgabe. Trotzdem war es das Letzte, was sie an diesem Tag gebrauchen konnte, denn sie war auch so schon aufgeregt genug. Madeleine holte Tiefluft und versuchte dadurch, ihre Anspannung zu lindern. Sie erinnerte sich daran, dass Nervosität am ersten Arbeitstag völlig normal war. Nun konnte sie die Vergangenheit hinter sich lassen. Hier wusste niemand, was passiert war. Sie konnte noch einmal von vorn beginnen. Für den Job hatte sie die idealen Voraussetzungen. Jetzt musste sie nur noch selbstsicher und professionell auftreten, genau wie beim Bewerbungsgespräch. Sie legte die Hand auf die Hupe, drückte kräftig darauf und zuckte bei dem plärrenden Ton zusammen. Nach etwa 20 Sekunden öffnete sich die Eingangstür des Hauses und ein dunkelhaariger Mann erschien. Er sah sich um, dann steckte er zwei Finger in den Mund und pfiff durchdringend, um die Hunde an seine Seite zu rufen. Mit mürrischer Miene schaute er in Madeleines Richtung und durchquerte den Hof. Am Tor blieb er stehen und stemmte die Hände in die Hüften. Madeleine starrte ihn durch die Windschutzscheibe an. Sie hatte gehofft, er würde durch das Tor herauskommen und sie begrüßen. Da er das aber offensichtlich nicht vorhatte, wusste sie nicht recht, wie sie sich verhalten sollte. Die Patschstellung wurde allmählich unangenehm und Madeleine hatte überhaupt nicht mehr das Gefühl, alles im Griff zu haben, sondern kam sich eher ziemlich dumm vor. Zu ihrer Erleichterung setzte sich der Mann letztlich in Bewegung, öffnete das Tor und erteilte den Hunden streng den Befehl, sich nicht von der Stelle zu rühren. Madeleine nahm das als Stichwort, um ihren Charme spielen zu lassen. Sie stieg aus dem Auto und achtete darauf, ihre langen Beine dabei hinlänglich zu präsentieren. Als sie sich aufrichtete, setzte sie ein strahlendes Lächeln auf. »Ich möchte zu Seth Thomas«, erklärte sie. Ihr Blick wanderte zu den Hunden. »Mein Name ist Madeleine Porter. Ich habe um 14 Uhr einen Termin.« Der Mann sah mit gerunzelter Stirn auf seine Armbanduhr. »Tja, ich bin Seth Thomas, aber wer immer sie sind, sie sind spät dran.« »Ja, ich weiß, es tut mir leid. Ich konnte sie nicht finden. Immerhin gibt es keine vernünftige Beschilderung, oder?« Die Hunde blieben in lauer Stellung und warteten auf ein Zeichen, um sich in Bewegung zu setzen. Madeleine hielt beide Hände in Hüfthöhe. »Das sollten wir wahrscheinlich gleich als erstes in Ordnung bringen. Wäre ja ziemlich einfach. Ich denke, die Hecke müsste bloß ein wenig gestutzt werden, obwohl ein größeres Schild vielleicht mehr Wirkung erzielen würde, und...« Abrupt verstummte sie. »Tut mir leid«, entschuldigte sie sich erneut. »Ich greife vor. Also, haben wir einen Termin jetzt?« Seth musterte sie von oben bis unten. »Wird wohl so sein«, erwiderte er. »Nur kann ich mich nicht erinnern, je einen Termin mit Ihnen vereinbart zu haben.« »Stimmt. Es war Natalie, die ihn für heute bestätigt hat. Ich glaube, Sie haben die E-Mail in Kopie bekommen.« Sein Mund bildete eine verkniffene Linie. »Naja, ich lese Ihre E-Mails aus Prinzip nicht. Das dürfte es erklären.« Er trat zurück, um Madeleine vor sich durch das Tor zu lassen. Sie zögerte und wünschte, er würde vorausgehen. »Sagen Sie bloß, Sie haben Angst vor den Hunden.« »Ich habe keine Angst vor Ihnen. Ich bin nur nicht besonders scharf darauf, dass Sie angerannt kommen und an mir hochspringen.« Seth schaute zu den zwei Hunden, die ganz ruhig in der Nähe des Tors standen, dann zurück zu ihr. Er zog die Augenbrauen hoch. Madeleine ignorierte seinen unausgesprochenen Hohn. »Dann kommen Sie mal besser mit ins Haus«, meinte er und gab ihr mit einer Geste zu verstehen, dass sie vorausgehen sollte. »Das heißt, sofern Sie sich nicht auch vor den Hühnern fürchten.« Seth stemmte seine Hände in seine Hüften, während er Madeleine mit einem belustigten Lächeln musterte. Sie wirbelte zu ihm herum. Eine Strähne löste sich aus ihrer provisorisch reparierten Frisur und wippte um ihre Wange. Zornig klemmte Madeleine sie hinters Ohr. »Das halten Sie wohl für besonders lustig, was?« sagte sie. »Tja, Sie müssen schon entschuldigen, aber vorhin sind Ihre Hunde völlig außer Rand und Wand.« Untertitelung des ZDF, 2020